Heute müssen wir die richtigen Antworten finden. Dabei müssen wir uns entscheiden zwischen den beliebtesten Antworten, kürzesten Antworten und längsten Antworten. Wer verliert, geht in Lava oder Wasser. Schau bis Mände und los geht's. Nenn einen Platz, wo man anscheinend gut rauben kann. In der Bank natürlich, oder nicht? Ja, hast du auch Bank genommen, oder? Ja, du auch, wahrscheinlich. Was nehmen die anderen? Wir müssen anscheinend heute die beliebteste Antwort quasi schreiben. Und umso beliebter sie ist, umso höher kommen wir, glaube ich, auch. Genau, das heißt immer, dass es offensichtlich ist. Eine Frucht, die sehr berühmt ist. Oh mein Gott, ich habe 15 Punkte bekommen. Du hast ja wohl ein bisschen mehr bekommen. Ich habe nur 20 Punkte bekommen. Hä, hast du das dann genommen? Hey, Banane, und du? Apfel ist wohl berühmter. Ach nein, du hast recht. Jetzt bist du weiter oben. Easy peasy, Bro, ne? Easy peasy. Ja, ja, okay, okay. Man versteht langsam, worum es geht hier. Oh mein Gott, die sind alle draufgegangen. Okay, Apfel, ne? Okay, nenne ein Essenssache, die man normal mit der Hand isst. Ähm. So? Nein. Hä? Was geht denn das nicht? Wir würden ein Brot geschrieben. Ist so, Alter. Habe ich auch gerade gedacht. Was? Selbst Toast geht nicht. Selbst Toast geht nicht. Hä? Pizza. Ich wollte Toast schreiben. Nein. Oh mein Gott, Bro. Ich hatte Bread, da habe ich noch Apple. Ich hatte Bread, ich hatte Toast. Ich hatte auch mehr Bier. Wir nennen etwas, was man in deinen Kaffee packen kann. Äh. Ja, Milch natürlich, oder was? Danke für die Antwort, ne? Zucker ist nur noch beliebter. Oh nein, Zucker ist... Oh Mann, sag mal. Wir sind ja mega schlecht. Ey, wir sind echt voll schlecht. Die ist voll gut, die Sophia. Wir nennen ein Tier, was man, äh, excited, okay, was halt cool ist in einem Aquarium zu sehen. Äh. Boah. Boah. Ja, Alter. Alle haben High genommen, ne? Alle haben High genommen, Leute. Wäre auch cool, wäre sowas in einem Aquarium zu sehen. Das wäre echt cool, ne? Okay, was kann man anscheinend, wenn man Italien, äh... Ähm. Boah, ich weiß es. Was ist denn das jetzt? Ja! Ja! Essen. Oh. Hä? Ich hatte Pizza. Ich hatte Pizza genommen. Ich habe auch Pizza genommen. Alter, wir denken voll gleich die ganze Zeit. Ich habe auch Spaghetti, ne? Wir nennen ein, äh, Spiel, was Kinder spielen. Äh. Boah. Äh. Äh. Ne. Wie heißt denn das? Welches Spiel meint die denn? Was meint die denn? Ach, das hätte besser gehen können. Das hätte besser gehen können. Hä, wie ist das? Was meint die denn? Ich habe gar nichts. Ach, die hat Tag heißt. Ich habe zu Catch Me oder so habe ich geschrieben. Ach so. Ach, ich habe es gar nichts genommen. Ich habe Roblox, Minecraft und alles eingegeben. Was? Draußen. B*** ein Wetter. Okay. So. Ha, ha, ha. So, sonnig. Sonny, ne? Das ist schön sonnig. Normal, normal, normal. Wie die Profis. Du wirst jetzt als erstes in die Lava fallen kannst. Machst du schon bewusst, ne? Ach komm, gar keine Chance. So, hier. Was? Eine Käseart? Äh. Hier wird das... Wird mir geschrieben jetzt hier? Ja. Let's go. Hä? Wird das geschrieben? Sag da mal. Ja. Sag doch, du Ehrenloser. Ja. Sag doch. Cheddar, Bro. Cheddar. Ich habe alles. Hä? Gouda. Stinky. Ich habe alles probiert. Hast du alles probiert? Hast du Stinky? Hä? Stinky Käse. Wahrscheinlich Stinky, Digga. Ne, nein. Wahrscheinlich. Aha. Okay, ähm. Warte mal. Du bist blöd. Nenn etwas, was man... Du bist wirklich blöd. Cheddar. Hättest du mir was verraten können. Aber es war gar nicht die beliebte Antwort, ne? Was ist das denn? Button of your shoe. Was meinen die damit? Das ist doch voll einfach, Bro. Du bist doch richtig schlecht. Worauf trittst du denn, Tobi? Als wäre mich nicht drauf... Als wäre mich drauf reinfallen. Aber trotzdem bin ich noch höher als du. Obwohl ich gerade gar nichts hatte, ne? Ja, okay. Stimmt, du hast recht. Du hast recht. Ähm. Okay, etwas, dass du auf den Toga verbreitest. Auf Toga verbreitest du? Was ist denn Toga? Was ist denn Toga? Ähm. Hä? Was soll Toga sein? Boah. Boah. Ich weiß es doch auch nicht. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß auch nicht, was Toga ist. Ich habe einfach irgendwas geschrieben. Oh mein Gott. Nein. Alter. Was? Auf Toast wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Toast meint ihr wahrscheinlich. Was man auf Toast verspielt. Ah, ich habe Käse genommen. Okay, was ist berühmte Vegetable? Gemüse. Ähm. Ah, Bro. Ich bin so schlecht. Warte mal. Ich bin auch so schlecht. Äh. Was? Hä? Nein, das geht nicht. Oh nein. Ja. Okay, das ging. Aber es war leider nicht ganz neu. Oh, yeah. Nein. Karotte. Wir haben doch das Beste bekommen gerade. Boah, ich habe es falsch geschrieben eben. Ey, ich fall gleich in die Lama rein. Ein Profisport, bei dem wir nicht viel Geld verdienen. Das ist ja einfach. Was ist das? Ne? Fußball. Logisch. Oh mein Gott. Das wird knapp hier langsam für mich. Das ist eine Art Suppe. Ähm. Wie heißt das nochmal? Boah, Bro. Wie heißt das nochmal? Auf Englisch. Ähm. Wie heißt das nochmal? Ich habe es vergessen. Oh Mann. Ah. Ja. Ah. Ah. Was hast du gegründet? Was hast du gemacht? Oh, nochmal chicken. Du hast den Hinweis gekauft. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Au. Ich wollte Pilzsuppe. Ich wusste, was Pilz auf Englisch heißt. Ich wollte Kürbissuppe. Mann, ich bin verbrannt, ey. Mann, ich bin verbrannt, ey. Das hat weh getan, sag mal. Mann, ey. Das hat richtig weh getan. Hä? Ein Tier, an das du denkst, wenn du in Indien denkst. Ich nehme Cow. Eine Kuh, ne? Weil die Kuh heilig ist. Ja. Und es ist einfach nur 15 Punkte. Hä? Hä? Was soll das denn? Was soll denn sonst für ein Tier sein? Die hat doch geiles genommen. Die gewinnt das jetzt doch einfach easy, ohne was zu schreiben. Voll unkorrekt von der. Die chillt jetzt einfach. Ey, guck mal, die geben uns hier oben voll Tipps. Wie oben? Mann. Guck mal, die stehen hier oben. Die geben uns die ganze Zeit Tipps, Bro. Die haben uns die ganze Zeit reingeschrieben in den Chef, was wir nehmen sollen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, okay. Etwas, was mit Hexen verbunden ist. Jetzt sind ja ganz, ganz viele mit Hexen. Ähm. Hexerei. Kessel habe ich geschrieben, aber auf Englisch. Kessel? Äh. Cauldron? Denk an Minecraft. Nein, wie wirst du geschrieben? Wie wirst du geschrieben? Wie wirst du geschrieben? Wie wirst du geschrieben? C-A-U-L-D-E-R-E-N. Schnell. Ja, ich habe mit I gemacht. Ich habe mit I gemacht. Hast du ein Dunder an I genommen? Ja, Cauldron halt. Na ja, ich dachte, Cauldron. Achso. Okay, was könnte man, äh, in einer, in einem... In einem Schrank? In einem Schrank. Das ist ja klar. Das ist ja wohl klar. Ey, was? Du hast nur 15 Punkte. Hä, T-Shirt? Dachte ich. Hä, vor allem Cauldron wird mit O geschrieben, nicht mit E. Ja, ach was. Ja, nicht mit E. Was sagst du mit E? Bro, ich habe... Mir fällt nichts ein im Schrank. Hä? Clothes oder so? Ich habe Monster genommen. Wahrscheinlich hast du Monster genommen. Hast du dich mal Klamotten genommen im Schrank? Ich habe Clothes, Trouser. Also. Das ging alles nicht. Ähm. Okay, das ist ja, das ist ja einfach hier. Nenne etwas, was du... Okay, das kennen wir ja schon. Das hatten wir ja schon, Leute. Das hat man unter dem Schuh hat. Da sind schon alle draufgegangen? Nur noch wir beide, einfach die Profis. Oh, okay. Als ob wir beide sind, Alter. Das ist ja voll merkwürdig. Nur noch Profis am Start. Ich weiß. Guck mal, ich hoffe, die geben jetzt schönen Tipps da oben. Ich hoffe, die geben jetzt schönen Tipps jetzt hier. Hä? Okay. Oh mein Gott. Okay, ähm. Oh mein Gott. Der hat jemand meinen Block entfernt. Breakfast. Das warst du. Das war ich nicht. Das warst du. Ich muss auch schreiben. Das warst du, Bro. Ich habe deinen Block nicht entfernt. Du hast den Glocker entfernt. Ich habe deinen Block nicht entfernt. Wie ich dich kenne. Wie ich dich kenne, Bro. Habe ich nicht. Sicher nicht? Nein. Ja. War ein Schiff, ne? Guck mal, die haben jetzt nur Schiff geschrieben da oben. Korrekt. Danke. Also nicht hingucken, was die schreiben. Ja, ich mach ich nicht. Mal den Chat aus. Wie schön Schlaf. Äh. Boah. Ja. Ich denke, das sind so viele, ne? Ja, acht Stunden Schlaf braucht man. Ja, normal, normal, normal. Easy. Alter, hat einfach jemand meinen Block entfernt eben. Was sollte das denn? Ich weiß, voll unkorrekt. Außer Badanzüge nennen etwas, was die Leute am Strand tragen. Ähm. Äh. Oh mein Gott, Digga. Ja. Ob das nur 15 Punkte ist, Sonnencreme hat doch jeder drauf am Strand. Alter, Shorts hab ich eingegeben, ne? Jeder hat doch Sonnencreme am Strand an. Äh, irgendwas, was Leute mit der Hand essen. Ja, das ist ja wohl klar. Ja, das ist ja einfach hier. Pizza. Ja, das ist ja einfach hier. Ich kenn's mal doch. Mittlerweile sind wir doch Profis geworden. Guck mal, wir sind gleich hoch, oder? Echt Profis, ne? Ja, wir sind eigentlich gleich hoch. Okay, das ist auch leicht, ne? Ja. 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 Wussten wir doch, dass wir das nehmen. Nike hier. Easy peasy. Eine Art Suppe. Eine Suppenart. Ähm. Was hatten wir eben noch mal? Ich weiß gar nicht, was hatte ich eben noch mal, Alter, für eine Suppe. Okay, sehr gut. Ja. Oh, schön die Hühnchen zu machen, ne? Lecker. Schön die Chicken-Suppen. Na hier, easy peasy. Eine Art Baum, der Fruchte trägt. Ähm. Okay. Ähm. Ja. Kennt man doch. Apfelbaum hier. Logisch. Was ist in einem Auto? Ähm. Das ist vielleicht 20 Punkte nur. Ähm. Was ist in einem Auto? Hä? Ich glaube, es hätte mehr sein können. Was soll denn jetzt in einem Auto drin sein? Ich weiß auch nicht. Ja. Was? Navi geht nicht? Dein Ernst? Hä? Was denn? Sitze, Lenkrad. Ach so. Navi. Du hättest an Müll gedacht. Schuhe vielleicht. Was du auf Partys machst? Ähm. Ha! Ja. Trinken. Tanzen ist aber noch berühmter. Tanzen ist echt berühmter, das stimmt. Oh mein Gott, ich hab nicht mehr lange hier. Ich hab nicht mehr lange. Du hast echt nicht mehr lange. Das ist easy hier. Easy peasy. Oh, sonnig. Normal. Sonnig. Oh mein Gott. Ey, letzte Antwort jetzt. Letzte Antwort. Es muss jetzt krass werden. Ein Teil. Okay. Was war ein... Ah gut. Das ist leicht. Ja, das ist ja leicht. Hä? Du, 20 Punkte? Hilfe! Au! Du hast schon wieder gewonnen. Nein, ich hab eben nicht gewonnen. Eben hab die eine gewonnen. Jetzt ist quasi, ja, 1-0. Okay, okay. Jetzt sind wir mit allen anderen in der Runde. Guck mal! Der sieht aus wie ich. Hast du's gesehen? Der ist aus wie ich da drüben. Hä? Guck mal, der neben dir. Guck mal. Hä, Jason, der sieht aus wie du. Stimmt. Ähm. Was macht ein Hund die meiste Zeit? Ähm. Ja! Ich wusste, dass das die meiste... Hä? Äh, du bist schlecht da gewesen. Hä, schlafen, Bro? Was hast du denn gemacht? Weißt du, dass er nur noch mehr macht? Bellen. Hallo? Na, wahrscheinlich bellt er mehr als er schläft, Bro. Na klar. Der Bell. Rinde. Rinde. Ja, guck mal, Jason und so, die wissen alle gar nichts. Komm, schreien die nichts. Das ist in deinem Auto. Das ist vielleicht. Ja, guck mal, du wusstest nichts, Alter. Jetzt weiß ich doch was. Was hast du genommen? Hast du auch das Lenkrad genommen? Natürlich, ich hab diesmal das Lenkrad genommen, weil ich wusste, dass es mehr Punkte ist als Sitz. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Kannst du mal sehen, Kollege, hä? Kannst du mal sehen. Guck mal, die hat Schlafen auch geschrieben. Oh, Jason ist schon rausgegangen. Jason ist schon gestorben gerade, leider. Ja, und die anderen, guck mal, die gehen doch jetzt unter, oder nicht? Die gehen jetzt echt unter. Die schreiben ja gar nicht. Die schreiben ja nichts. Hallo? Warum schreibt der nichts, Kollegen? Oh nein, die Blöcke schmelzen. Und das war's mit denen. Oh nein. Auffassen. Oh Mann. Mal gucken, ob die Lala vielleicht besser ist, ne? Ja, vielleicht. Ein Ort, an dem du die Uhr beobachtest. Hä? Das schicke ich jetzt ja gar nicht. Eine Uhr beobachtest. Äh. Hä? Nur 15 Punkte? Hä? Ja! Ich dachte, ich hätte mehr oder so bekommen. Wieso, was hast du genommen? Wahrscheinlich Schule oder so, ne? Ja, das war klar. Aber du hast 20 Punkte bekommen, ne? Ich hab Kirche. Kirche, ah, auch nicht schlecht. Dann beobachtet man eigentlich nur von außen die Uhr, oder nicht? Ja, 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 stimmt schon. Ja, ein großes Tier. Ähm. 20 Punkte nur. Uh, 20 Elefant hab ich genommen und du? Ich auch Elefant. Ich wusste nämlich nicht, wie man Giraffe schreibt. Ne, ich dein Ernst. Giraffe oder so. Ich weiß ja, irgendwie heißt es nur Gier. Aber Elefant ist ja quasi nochmal, nochmal, nochmal größer irgendwie, ist das Gefühl, ne? Nö, nochmal fetter. Aber die eine schreibt, die wird jetzt hier in Lava getränkt werden. Oh, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Was man in der Schule lernt. Das ist ja leicht. Bam, 25 Punkte hier. Bam, Mathe, ne? Easy peasy, Alter. Ich wusste, dass alle er Mathe nehmen werden, ne? Alle Mathe nehmen werden? Was nimmt die jetzt hier? Hat die jetzt? Hast du die jetzt genommen? Hä? Hä? Die hat mir... Bam! Hä, was soll das? Was denn? Gar nichts los, Bro. Hä? Was soll das? Jetzt bist du über mir. Ich hab gar nichts gemacht bei dir. Du hast das geklaut. Ein bliebiges Fahrzeug-Restaurant. 25 Punkte nur. 25 Punkte? Hä, was hast du denn genommen? Burger King oder was? KFC einfach, ne? Hä? McDonalds, Bro, ist doch viel mehr berühmt. KFC ist auch voll beliebt. Hä? Mir wurde ein Block gekauft. Hä? Hä? Von wem? Hä? Und mir hat jemand... Ey! Mir wurde ein Block gekauft. Mir wurde ein Block entfernt. Guck mal, die kauft die ganze Zeit Blöcke. Die macht da irgendwas. Hä? Ey, Mann! Der soll mir mal lieber ein Block kaufen. Die gönnen mir nicht. Mir wurde einfach ein Block gekauft. Haha. Eine Art Suppe. Ja, das hatten wir jetzt auf jeden Fall schon. Chicken. Mir wurde einfach ein Block... Der zieht der Jason aus wie ich. Ich kann's Powered den Block entfernen. Schon wieder. Das ist nicht dein Ernst. Es muss ja wohl gleich auf sein. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja unfair. Die Zuschauer kaufen die hier... Die Zuschauer kaufen... Was soll das? Die Zuschauer kaufen die hier die ganze Zeit Sachen. Tja, weil du mir eben das entfernt hast... Bro, das ist voll unfair, so zu spielen. Tja, da musst du dir wohl Blöcke kaufen, um mitzuhalten. Ein Tier, an das du denkst, wenn du an Indien denkst. Okay, Kau war schon mal schlecht. Hä? Mir wird die ganze Zeit... Guck mal. Nochmal was gekauft. Hä? Was soll das denn? Warte, was kann man dann... Ich überleg grad. Was ist denn noch ein Tier in Indien? Ähm... Äh, Kau oder n? Also, was gibt's besser als Kau? Schwein vielleicht? So Peek oder so? Ah, okay. Noch grad bekommen. Grad noch schnell bekommen, ja. Puh noch, ne? Oh, guck mal Jason. Mann, Alter. Der soll mal lieber Blöcke kaufen. Kaufe mir Blöcke. Guck mal, ihr habt drei Blöcke schon gekauft. Ein Job, der dir viel Bildung erfordert. Ui. Ich hab geschrieben, kauf mir Blöcke. Mal gucken, ob sie's machen. Echt? Ein Job, der viel Bildung erfordert. Ähm... Ja, also ich hab jetzt grad nur 20 Punkte bei denen bekommen, was ich echt komisch finde. Ja, ich auch. Lehrer hätte ich gedacht. Ja, das Ding ist Lehrer. Schreib, okay. Guck mal, haben wir doch einen einzugefügt. So. Hihihihi. Oh, ne, ey. Irgendjemand kauft dir hier die ganze Zeit Blöcke. Ich bin so weit oben, Alter. Ich schreib schon mal Danke. So, nenne eine Farbe, die Leute mögen. Okay. 20 Punkte nur? Als ob. Mal gucken. Was machst du denn da? Rot, hä? Ja, ich hab auch schlechter. Mir wurde schon wieder ein Block gekauft. Bro, wie viel bekommst du? Ey, an ihm wird dein Block entfernt. Was? So. Regen. Oh, mir wurde einer hinzugefügt. Du musst Dingst... Alter, ich seh doch, dass du meine Blöcke entfährst. Das seh ich doch. Mann. Wertebedingungen, in denen du gerne fährst. Tja, ich würdest mal lieber schnell Snow nehmen, wenn ich du wäre. Oh, danke, Alter. Du hast mir echt den Hintern gerettet. Ja, ich weiß. Oh Gott. Sag mal, er ist schrecklicher Blöcke. Ich kaufte dir aber nicht für mich. Ja, nenne eine gelbe Frucht. Eine gelbe Frucht. Boah, wie heißt das nochmal? Hä? Oh? Nee, ich weiß nicht. Hä? Als ob es nur 20 Punkte gibt. Hä? Gelbe Frucht. Soll es sonst eine gelbe Frucht sein? 25 Punkte. 25 Punkte. Bandale, Bro. Ich bin doch hier oben. Kein Problem. Okay, okay, okay. Ey, was ist das, dass die Leute gerne in ihrem Backjahr haben? Was ist ein Backjahr? Hä? Was soll denn ein Backjahr sein? Was ist ein Backjahr? Alter, du hast mir schon 1.000 Blöcke entfernt. Mann, gar nicht. Bro, du hast auch noch 1.000 Blöcke. Du bist so weit oben. Was ist ein Backjahr? Weiß ich auch nicht. So, ich muss gleich erstmal hier selber... Bro, ich kaufe irgendwelchen Leuten einen Block hinzufügen die ganze Zeit. Du, oder was? Ja, ich habe schon zweimal gekauft, einen Block hinzufügen und ich gehe drauf. Und dann kriegt einfach die neben mir kriegt das. Kammer. Und ich auch. Ich habe das bekommen. Ein Spiel, was Kinder spielen. Okay. Oh, nee. Ey, du bist ja so schlecht, Kaspar. Du pass mal auf, Kollege. Ich habe easy gewonnen. Pass mal auf, Kollege. Was denn? Okay, okay. Du wirst das Ding noch verlieren. Du wirst das Ding noch verlieren jetzt. Ich werde das Ding noch verlieren, sagst du? Ich muss mir das mal ganz genau angucken, was du hier machst. Niemals verlier ich das jetzt hier. Niemals verlier ich das Ding jetzt hier. Aber man, ich kann mir das nicht kaufen. Wieso nicht? Löcke schmelzen. Guck mal. Ihr habt schon gewonnen. Ich habe schon gewonnen. Ja, Leute. Der Gewinner. Verdammt, ey. Danke, nur durch euch. Bist du bereit, Kaspar? Ich bin sehr bereit. Die kürzeste Antwort. Okay. Was würdest du auf einen Camping-Trip mitnehmen? Ähm, ein... Okay. Also man muss heute die kürzesten Antworten schreiben, oder was? Oh Gott, ja. Okay, ich habe jetzt auch weiß. Mal gucken. Mal sehen, ob wir jetzt da haben. Ich habe weiß geschrieben. Also, was? Ja, ich habe Tent, also Zelt. Ah, okay. Was haben die auch Tent? Was hat der? Mal gucken. Oh, der eine hat so zensiert mäßig. Der eine hat so... Der kann man anscheinend kaufen. Ach, das kann man wissen. Okay, was kann man im Weltall finden? Äh, boah. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh nein. Was? Nein, 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 nein. Ich habe was, ich habe was, ich habe was. Nein, er sagt so klumpft. Ah, das ist, das ist doch... Ey, jetzt siehst du das ja. So. Nee, man sieht das nicht. Man sieht das erst, man sieht das erst, wenn man geschrieben hat. Ach, man sieht das erst, wenn... Ah, okay. Oh nein, Star wäre natürlich noch kürzer gewesen. Ja. Weil du siehst auch, über dir ist so ein riesiger Häcksler, ne? Oh mein... Oh nein, okay, Gott. Ja, ja, wir dürfen da nicht rein. Okay, einen Superhelden nennen. Ja, ich habe einen. Oh mein Gott, ja, ich wusste es, dass der kurz ist. Wen hast du? Hulk. Ah, ich habe Flash. Noch kürzer. Ich wusste aber nicht, dass du kannst, dass du mein erstes Superheld. Okay, Hulk, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ich werde dich so fertig machen, Kasper, ne? Ja, aber ich bin mal gespannt, wer hier zuerst an oben den Schredder berührt. Ja, du wirst zuerst den Schredder berühren, sag ich dir ganz ehrlich. Gar nicht. Ich werde hier easy gewinnen, sag mal. Okay, nenne eine Emotion, die man fühlen kann. Okay, okay, das ist wirklich leicht. Das ist wirklich leicht, ne? Ja, ich habe was, ich habe was. Ich auch. Und, ja, ich auch. Ey, bis jetzt bin ich am Gewinn, ne? Bis jetzt bin ich am niedrigsten. Na, da ist noch einer. Warte mal, was hat der? Batman hat der geschrieben? Alter, wie schlecht. Batman? Der hat Batman als Superheld ausgewählt. Alter, den habe ich gar nicht gesehen, den Typ mit den Cobblestones. Einfach 1000 Buchstaben, ja? Einfach Minecraft Cobblestones. Okay, okay, warte mal, warte mal. Ein Roblox-Game. Ein Spiel außerhalb Roblox. Okay, warte mal, warte mal. Ja! Wenn das geht... Ja! Okay, C-O-D. Was hast du? Ich habe GTA. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir die anderen so mal gucken. Soccer. Soccer. Okay. Und der da, Mario hatte einen, aber auch nicht schlecht, Mario. Und bevor das Video weitergeht, wollte ich mich einmal ganz kurz bei Flexispot bedanken, denn die haben einfach einen meiner Cutter einen richtig, richtig coolen Tisch geschickt. Das ist nämlich, wie man hier sehen kann, ein höhenverstellbarer Tisch. Das heißt, du kannst einfach im Sitzen arbeiten oder auch im Stehen. Das heißt, man hat einmal 58 Zentimeter und einmal 123 Zentimeter. Das Coole komplett ist das noch. Und zwar mit der LED Touch Bar hat man einfach vier verschiedene Höhen-Einstellungen. Und man muss sich da auch keine Sorgen machen, dass da die Technik versagt oder so. Es hat eine automatische Stoppsache. Das heißt, wenn man irgendwie so einen Widerstand oder so erkennt, dann stoppt auf jeden Fall der Motor. Also keine Sorge. Das Ganze steht auch noch auf sicheren Beinen, Leute. Die halten einfach 125 Kilo aus. Also ich weiß nicht, was welche auf ihren Tisch stellen, dass das über 125 Kilo ist. Aber ihr könnt aber auf jeden Fall easy euer Setup draufstellen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist eins der geilsten Feature, und zwar das Kabelmanagement-System. Das heißt, man hat keine Kabel mehr unten rumliegen, weil man so Kabelkanäle und alles mögliche unter dem Tisch hat, Leute. Also richtig cool, dass Flexispot auf jeden Fall einen Tisch an meinen Cutter gestellt hat, Leute. Checkt die auf jeden Fall mit dem Link in der Beschreibung aus. Supportet die Leute, die machen echt richtig geile Tische. Also falls ihr irgendwas braucht noch so für Weihnachten, kurz vor Weihnachten, dann habt ihr auf jeden Fall einen Start. Jetzt nicht Spaß mit dem Video und abfahren. Okay, nimm mal, nein, nein, ein Instrument, das so Strings dabei hat, also so Seile. Okay, okay, boah. Hier zum Beispiel, oh nein. Ah, wie viel Buchstaben hat das? Wie wird's geschrieben, so? Boah, ich glaube, das wird richtig geschrieben. Ja, ich glaube, das ist das kürzeste Wort, oder? Nein, ich hab's falsch geschrieben. Nein, oh mein Gott, es gab noch ein kürzeres. Was hast du genommen? Ich hab's gerade noch reingeschrieben. Gitarre. Was hast du denn genommen? Oder? Ach, Gitarre, ich hab eine Bioline. Ich hab gerade einfach Wörter bekommen. Händlich Wörter. Einfach Wörter. Okay. Der schreibt die ganze Zeit nicht, deswegen sieht man nichts, weil der nichts schreibt. Nenn eine Spielekonsole. Oh, oh, ähm. Nein, 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 nein. Nein, nimm doch das Wort. Ja, ja. Was, der N64? Als wenn das nicht gezählt. Das ist doch Nintendo. Ich hatte auch NDS, Nintendo DS, aber er hat's auch nicht angenommen. Der hat PS4 genommen. Ich wollte auch eigentlich PS5 nehmen. Warum würde jemand laufen? Oh, nein, das sind ganz schön viele Wörter. Oh, nein. Das waren ein bisschen viele Wörter, Leute. Ich weiß es auch nicht. Dass es ja traurig war. Gerd, hast du geschrieben? Ja, Angst. Oh, mein Gott, ich hab Angst, den Schredder zu berühren oben. Okay, eine Social Media Plattform. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. TikTok? Äh, was gibt's denn da so? Was ist denn kurz? Oh, Gott, das ist ganz schön lang, Leute. Es ist sogar... Okay, komm. Nein, oh, mein Gott, ist doch viel zu lang. Man, ich weiß auch nicht, wieso ich sowas genommen habe. Ich hab Twitter genommen. Was hat der? Auch nichts. Oh, mein Gott, ich werde das hier gewinnen. Niemals. Ich muss jetzt... Oh, mein Gott. Das Ding ist, es ist ja heute drei... Also, es ist heute Best of Three. Ja. Und, äh... Gott, ein Musikinstrument. Musikinstrument? Nein. Au! 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 Hattest du auch draufgegangen? Ja, ich konnte gleich noch schreiben. Wer hat gewonnen? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Da oben, du tanzt. Du hast gewonnen. Da tanze ich. Da hinten. Warte, sammle das Geld ein. Das ganze Geld einsammeln. Best of Three. Best of Three. Ganz viel Geld. Das ist voll viel Geld. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Mit diesem Geld können wir richtig coole Sachen kaufen, ne? Ja, nämlich Hinweise können wir da kaufen. Der klaut mir alles. Wie auch so Items. Wir können so smiley... Da hast du einfach gewonnen, ey. Nicht schlecht. Ja, aber schon mal einen Punkt von drei jetzt bekommen. Okay. Ja? Kürzeste Antwort wieder, ne? Nächste Runde. Okay, ich muss dich kürzer fassen. Also, längste Antwort kenne ich nur. Ja, du musst dich echt kürzer fassen. Manchmal muss so ein bisschen um die Ecke denken, ne? Ja, das... Ein Haarschnitt. Also, so ein Haar-Style. Boah, Bruder. Ähm... Oh mein Gott, ich hab was. Geht das? Oh! Okay. Was heißt denn nochmal Glatze auf Englisch? Einer hat echt was Riesenkursen, ne? Sag mal, was heißt Glatze auf Englisch? Glatze? Glatze. Haha, ja. Wahrscheinlich Glatze. Waves, okay. Waves, ja. Ey, der eine hat einfach Bob. Das war voll schlau, Alter. Ich hatte auch noch einen Hinweis. Ich musste mir auch einen Hinweis holen. Ach, du hast einen Hinweis gekauft. Okay. Ja, ja, ja. Was ist das, was du trinkst? Oh Gott. Geht das? Ja! Okay, das ist relativ kurz. Ey, der hat noch was Kürzels gehabt. Cola. Der hat Tee genommen. Oh mein Gott. Ich hab Water. Mann, ey, das fängt schon wieder ganz schlecht an. Ja. Dieser Pro-V1, ne? Das ist so unglaublich. Ich bin gerade mal ein Rookie 3. Du bist Rookie? Okay, ich bin Rookie. Okay, nenne ein Land. Ähm. Ähm. Oh mein Gott. Ich muss immer an die längsten Länder dann denken. Ich auch. Es gibt so... Oh Gott, nein. Oh mein Gott, ich hab eins. Oh, das ist echt... Das ist schon echt lang, muss ich sagen, Leute. Das ist Greece. Griechenland, okay. Russia ist echt kurz. Das stimmt. Das ist echt... Aber Greece ist auch nicht schlecht. Russia. Ja, aber Russia war noch ein kürzer als Germany. Okay, aber guck, was haben wir hier? Ein Body Part on your face. Also halt, nenne ein Körperteil. Oder auf deinem Gesicht. Das ergibt ja nichts Einfaches als... Also wenn er da mehr als drei Buchstaben hat, da weiß ich nicht. Oder warte mal. Ah. Noch kürzer. Ja, ich hätte gerade fast... Was hattest du denn vorher? Ja, Nose wollte ich gerade nehmen. Bro, I, ear... Aber I, ear... Hä? Also wirklich? Ja, ich hab ja Ohren genommen. Alles gut, alles gut. Aber die ist mir gerade zu gut, ne? Die ist mir gerade zu gut, die eine. Ja, die ist mir zu gut. Okay, eine Handymarke. Boah, ähm... Okay, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wie heißen die nochmal? Äh... Äh... Nein, ey, das ist alles so lang. Nein, es gab so eine ganz kurze... Ja, ich weiß, mit drei Buchstaben. Ja, ich weiß, jetzt hab ich die einfach genommen. Okay, da sind wir, glaub ich, auf gleichauf. Wie heißt nochmal? Ach so. Ja, es ist aber alles gleichauf. Nokia, Apple. Ja, es gab aber so eine kurze mit drei Buchstaben, ne? Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich weiß. Nio oder irgendwie sowas. Okay, nenne eine Superheldenfähigkeit. Okay, äh... Oh, die hat was ganz Kurzes? Was denn? Vielleicht mit zwei Buchstaben... Mit drei Buchstaben nur? Oh, yeah! Hä, was hast du da genommen? Sag mal schnell! Ne, ich hab da nichts. Das ist so offensichtlich, Bro. Superman. Das ist so offensichtlich. Was wär's denn gewesen, hä? Fliegen. Oh mein Gott, Bruder. Okay, nenne eine Naturkatastrophe. Oh mein Gott, geht das vielleicht? Geht das? Nein. Geht das dann? Nein. Oh mein Gott, wenn das geht? Nein, das geht nicht. Ich muss das Langes nehmen, Leute. Oh, nein. Nein. Besser als die Standardbörter? Ja! Ja, zu nahm hab ich auch. Guck mal, die hat einfach Flut genommen, also Flut. Ey, ich berühre gleich hier schon den Schredder, sag mal. Die ist schon Wetteran geworden, ne? Gerade. Oh, cool, cool. Skills. Ein Tier, was mit dem Buchstaben L beginnt. Ey. Da hab ich doch Dreck was, Leute. Es ist easy, aber es ist trotzdem... Ich bin nicht weiter oben als du, ne? Ich hab dir jetzt sogar Lama genommen. Das war sogar noch eins mehr als wir, ne? Hey, pass auf, Kasse. Du berührst gleich das Ding oben. Ich weiß. Ich sag's doch die ganze Zeit. Du berührst das gleich. Das ist hier ganz knapp schon. Oh mein Gott. Der eine hat das schon berührt, ne? Der eine hat das schon berührt. Okay, nenn einen Jungsnamen mit dem Namen P. Oh mein Gott. Und wenn das geht? Nein! Ah, ja gut, ich muss das machen, Leute. Nein! Aber es geht auf jeden Fall. Das sind die gleichen Buchstaben. Es wäre locker eine auch gegangen mit drei Buchstaben. Oh mein Gott, ich hörte schon die Ventilatoren hier! Oh Kaspar, das war's mit dir! Bitte! Paul hab ich auch genommen, okay. Ja. Etwas, was man erklimmen kann. Ja, das war's. Okay, ich hab ein kurzes Wort, aber ist es trotzdem. Geht das hier? Was? Das geht nicht. Das hast du genommen. Oh mein Gott. Was hast du genommen? Ah doch, das geht, das geht, das geht. Ich will's nicht eingeben. Yeah! Ich will's nicht eingeben! Ja, ich hab... Ah! Mann! Wie du runtergefallen bist. Mann! Ich hab Baum genommen, ne? Ja, ich hab Wall genommen. Was ist, was ist, äh, spitz? Oh nein, das war's mit mir, Leute. Stone! Nein! Okay, aber das Ding ist, jetzt hab ich wieder vor dir gewonnen, ne? Schon 2 zu 0 gegen dich, Caspar. 2 zu 0 für dich. Und wir müssen unbedingt noch gegen diese anderen gewinnen, die jetzt da oben tanzen. Sieht man Platz auf, guck mal. Ja, Safety ist zu gut, man. Jetzt tanze ich da. Oh Gott. Oh, Geld, ring, ring, ring. Geld, ring, ring, ring. Geld, 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 geld. Alles, 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 alles. Ja, 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 alles gut, das muss ja sein hier. Weg da! Weg da! Oh ja, ganz viel Geld, Leute. Hier, schön, ganz viel Geld. Beute auch, ja, so. Da hinten sind auch zwei Schatzbrunnen. Nein, ich kann nicht mehr rein. Guck mal, einer hat gerade geschrieben, Starcode Brocks. Okay, okay. Okay, jetzt mach dich bereit, Caspar. Mach dich bereit. Okay, kürzeste Antwort. Okay, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Monat mit 31 Tagen. Oh nein, 31 Tagen. Okay, warte, ich hab das, glaub ich, das kürzeste. Ich glaub, ich hab das kürzeste. Bro, du schiebst du! Juli, natürlich, du Idiot. Du schiebst du. Wahrscheinlich nimmst du im September. Ja, weil das gerade war, das nicht. Wegen Halloween. Ja, Alter. Ey, ich dachte, es gibt noch gar keinen kurzen Tag. Ja, es geht super gut los. Weil ich die ganze Zeit an einem Wochentag gedacht hatte. Es geht gut los. Okay, nenne ein Tier mit einem Horn. Oh nein. Oder Antenne. Oh mein Gott, ey. Verdammt. Hey, was, das geht nicht? Ja, was anderes geht nicht. Ah. Okay, okay. Verdammt, was soll ich nehmen? Was nimmst du da jetzt? Was nimmst du da jetzt? Das geht nicht. Oh, 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 oh. Oh nein. Oh, du musst dir das schreiben. Oh mein Gott, wie feil mehr. Ey, ich hab das rein. Hä, du hast aber Nashorn. Ja, ich wusste nicht, wie das auf Englisch heißt. Ah, Bruder, Ryan. Okay, was ist eine berühmte, äh, berühmte Dingerns? Ein berühmtes Dessert. Das ist easy. Das ist wirklich easy, Bro. Ah, das ist echt leicht, Leute. Du solltest das nicht hast. Ja, das ist das. Das hab ich auch, das hab ich auch. Und jetzt bin ich ganz oben, Alter. Das ist echt unkorrekt. Ich will nicht ganz oben sein. Oh, doch, das bist du. Du bist da oben. Dann ist es aber 2 zu 1, das will ich nicht. Ich will 3 zu 0 gewinnen gegen dich. Nee, 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 nee. Kommt gar nicht in Frage. Okay, eine Art von Metall. Okay, okay. Ja, ja, das ist kurz und das passt auch. Oh mein Gott, was? Was hast du denn genommen? Was nimmst du? Ja, ich hab direkt die chemikalische Bezeichnung genommen dafür. Oh mein Gott, ich weiß gerade gar nicht, was man... Oh mein Gott, was soll das sein? Hä? Wieso? Was nimmst du? Du musst jetzt was nehmen. Was machst du? Was denn Ironhine? Herr Eisen, Bro. Ja, hab ich nicht da gedacht. Legst du heute auf einem anderen Planeten oder was? Ich war erstens so gut gerade. Wir nennen ein Gemüse. Ein Gemüse. Oh nein. Ah, ist ja eine Frucht. Warte mal. Ah, ist auch eine Frucht. Ja, ich bin was recht. Verdammt. Ja, Gottes Wort. Let's go. Wusste ich doch, dass das geht. Nein. Bohne, Bro. Ich bin so weit oben. Oh mein Gott. Ich bin so weit oben. Du bist so weit oben. Ey, ich streng mich aber auch echt gut an gerade. Ich streng mich auch echt gut an. Okay, nenne einen Weg zur Transplantation. Ja, easy, easy, easy. Oh nein, Alter. Nein, okay. Jetzt bin ich so weit oben, ne? Ja, easy. Ja, fast. Du mal ein weniger. Du mal ein weniger. Nein. Du mal ein weniger. Verdammt. Verdammt. Sie ist auch gerade. Oh Mann. Das Ding ist, mal gucken. Was kommt als nächste Frage jetzt hier oben? Als nächstes haben wir, oh, was kommt da jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Ich muss jetzt kurz kurz anfangen. Ich bin sehr gespannt, ey. Eine Frucht. Ja, das, jetzt funktioniert es aber. Und zwar nehme ich da. Dann muss ich was anderes nehmen. Oh nein, Leute. Ach verdammt. Das war schon ein bisschen viel jetzt gerade, ne? Ja, Apple. Ja, Apple. Ich habe es auch nicht anders angefangen. Was gibt es denn, was gibt es denn kürzeres als Apple? Es ist bestimmt irgendwie so, keine Ahnung, Grapes? Ne, Grapes ist es auch nicht, ne? Ja, Grape? Oder nur Grape? Ja, ich weiß. Ist auch dasselbe, glaube ich, Grape. Okay, eine Sache, die man im Badezimmer finden kann. Okay, easy. Oh mein Gott. Easy, 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 easy. Ah, danke, dass du mir sagst. Danke. Ja, kein Problem. Denn du, ich spüre schon im Wind rum. Ich wollte gerade sagen, der Windilator ist ganz, ganz, ganz. Das ist ganz, ganz belastend jetzt gerade, ne? Oh Gott, der ist jetzt raus. Der ist ja schon raus, ne? Was tut jemand in seinem Gym? Okay, ähm. Oh nein. Ähm. Geht das vielleicht, Leute? Das ist aber echt trotzdem lang. Nein, das ist doch, das hätte doch gehen müssen. Okay, dann geht das aber. Das geht aber. Das geht nicht? Äh. Oh mein Gott. Äh. Ha. Was? Bro, ich hatte alles durch. Ey, ich hatte so Mirror und Musik. Ich hatte Water, Shower, Personal. Ich hatte Musik und so. Alter, voll fake hier, sag mal. Jetzt muss ich auch noch gewinnen. Du schaffst das. Du gewinnst. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Ich bin dann der erste. Oh. Ja. Gewonnen. Let's go. Geld regnen, Geld regnen. Okay, es steht jetzt 2 zu 1, ne? Wenn ich jetzt gleich gewinne, hab ich komplett gewonnen, ne? Dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen. Dann hast du gar keine Chance mehr gegen mich, ne? So, kürzester Anbord gewinnen in 5. 4. 4. Oh yeah, let's go. Let's go. Okay, okay, okay. Wir sind beide Experten schon, ne? Achso. Eine Soda-Drink-Brand. Okay. Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Da hab ich direkt was. Bam. Okay. Das sollte, glaube ich, klar gehen, Leute. Nein. Äh. Mal gucken. Was heißt als das? Nein, was denn? Was ist das mit 3 Buchstaben? Mit 3 Buchstaben? Fanta, Sprite, Pepsi, nix mit 3 Buchstaben. Mountain Dew, das ist... Und Dew vielleicht. Alles gut, alles gut. Okay, was kann man essen, zu essen kochen? Oder nee, was man benutzen kann, um Essen zu kochen? Oh. Oh Gott. Oh nein, wie heißt das? Ja! Wichtiger, wichtiger Call. Wie heißt das, Leute? Wichtiger Call. Was? Wichtiger Call. Wieso? Oh mein Gott, ja! Fuck. Let's go. Hey, Garvel, bro. Zum Kochen? Natürlich. Ja, gut, okay. Aber, ach man, ey. Ich wollte Spoon machen, aber... Oh mein Gott. Gardening Tool, bro. Etwas... Oh Gott, ey, nein. Das ist so lang. Ja! Was hast du da genommen? Bag! Bag, bro. Ich musste Schaufel nehmen. Also etwas im Garten, wo man arbeitet. Okay, jetzt bin ich schon wieder auf einem Level höher. Okay, nenne einen Sport, was man gerne spielt. Okay, okay, okay. Eine Sportart. Ich hab da schon was. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Oh, das ist kurz. So geschrieben? Nein. Wie wird's geschrieben? So? Ja! Okay, das ist glaube ich... Oh! Was? Laufen! Einfach nur laufen? Okay, das ist echt clever. Ja, 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 ja. Das ist mega clever. Ey, verdammt, jetzt bin ich schon wieder zwei höher, ne? Ja, ja, ich sag dir, du wirst die Lachter oben zu explorieren. Okay, nenne eine Art von Möbeln. Äh, geht das hier? Nee, 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 komm. Ah! Okay, dann muss ich das nehmen. Oh, was hast du chair? Ich hab Sofa. Ich wollte erst TV, aber es geht, ist ja kein Wirbelstück. Ah, TV wäre auch krass gewesen. TV wäre richtig kurz gewesen. Okay, was ist normalerweise kalt? Äh, boah, gut zu wissen jetzt gerade. Was könnte bloß kalt sein? Hm? Echt gute Frage, ne? Oh Gott, oh my God. Oh my God. Ja, gut, okay, ich dachte, du kriegst das nicht hin. Ja, 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 ja. Ich wollte schon so Snow oder so machen. Nee, soll nicht, mein Freund. Aber jetzt bin ich, das kann nicht sein, dass du jetzt gerade hier dieses Comeback deines Lebens machst, Alter. Oh ja, oh ja. Jetzt bin ich drei über dir. Okay, nenne etwas, womit man Musik hören kann. Okay, das wirst du niemals knacken, Bro. Oh my God. Ähm, warte mal, warte mal. Ähm. Oh. Nein, Bro, sag doch. Nein. Okay, das wirst du niemals herausfinden. Oh my God, denk doch mal nach. Nein. Oh man, ich wollte iPod schreiben. Ja, MP3 habe ich genommen oder hier. Mann, jetzt hat der so ein langes gegeben. Oh, 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 oh. Okay, nenne ein Klassenraumobjekt. Oh. Äh, okay, 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 was mache ich hier? Okay, das hier, ist das kurz? Ja, okay. Was? Ja, Box. Wo kommt ihr die Box her? Nein. Ey, das tut richtig spannend gerade, Leute, ne? Aber richtig. Ey, Chalk war vielleicht, oh, Penn, Alter, ich bin echt blöd, dass ich das nicht genommen habe zum kurzen Ding. Oh, okay, der erste ist draufgegangen. Okay, der erste ist raus. Nenne ein Tier, was man auf einer Farm finden kann. Äh, das ist aber richtig schwierig, ne? Was man da aber das nehmen kann. Chicken. Oh mein Gott. Kann man auf jeden Fall gut nehmen. Oh mein Gott, wenn das... Oh mein Gott. Das kann man auf jeden Fall echt richtig gut nehmen, so ein Chicken. Ja, okay, da hast du die Kuh genommen. Ja, aber Pig ist mir danach auch noch eingefallen. Okay, was kann man in der Küche finden? Oh mein Gott. Okay, das ist easy, das ist super easy. Wenn das klappt... Ja! Was? Was, das geht nicht? Du musst, was Hase ist, ne? Oh, 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 wie sieht's hier nicht aus? Du rührst jetzt gleich schon den... Was hast du denn genommen? Tja, was man in der Küche halt finden kann. Ja, gut, okay. Glaub ich auch. Can! Okay. Can, war ja voll clever. Ja, safe. Hä? Was ist los? Oh mein Gott, nein. Womit kann man schwimmen? Okay, okay, kein Problem. Geht das? Ja! Oh mein Gott, ich dachte, es ist gut. Oh mein Gott, wie sind die letzten beiden? Oha. Okay, Tube auch clever. Tab ist noch ein kürzeren genommen. Ja, so Hot Tab, kennt man doch. Alter, das ist richtig clever. Guck mal, ich bin einer drüber, ne? Oh Gott. Ein Roblox-Youtuber. Ein Roblox-Youtuber. Meinst du, ich kann dich dann nehmen? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja! Oh mein Gott, ich will es gleich. Nein, ich kann jetzt eingeben. Niemals hast du einen unter drei Buchstaben. Ich kann jetzt eingeben. Niemals. Geht auch nicht. Ich bin ein Wuchstabe. Das war es mit dir so komplett, Bro. Roblox. Mann, ey. Okay, Alter. Aber es ging, oder? Nee, es ging nicht. Nein, es ging nicht. Okay, zwei zu zwei jetzt schon, ne? Ey, klar, ich sag dir. Alter, das ist doch richtig spannend, Leute, ne? Ey, ich kann dir mal einen Tipp geben. Du solltest eventuell öfters mal den Hinweis benutzen, ne? Du benutzt die ganze Hinweise? Nein, ja, meine ich. Das ist so ein Ding, deswegen gewinnst du gerade. Ich will dazu nichts sagen. Ich wollte es dir nur mal sagen. Deswegen gewinnst du gerade. Na, ich probiere es ohne Hinweise zu machen. Also, meine ich mal. Ja, 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 ja. Mit deinem komischen Trick jetzt. Das ist eine Baumart, ne? Ähm, okay. Oh, nein, eine Baumart? Boah, Bruder. Was hast du denn da genommen? Ich hab geraten, Bro. Hä? Oh, mein Gott. Ja, ich hab mir einen Hinweis geholt, ne? Ich will, ich gebe auch Geld aus. Hol dir hier. Alter, das du's. Woher wusstest du, dass das ein L ist? Ja, ich hab einmal geraten. Ja, Bro, ich auch. Ab jetzt ohne Hinweise. Ab jetzt ohne Hinweise. Okay, nenne eine Blumenart. Okay, das geht ja eigentlich auch fit, ne? Okay, ich bin relativ. Nein, hey, das wird es geschrieben. Ja, guck mal. Einmal kein Hinweis, ne? Ja, was? Ey, Bro, das ist so einfach. Tulpe. Tulpe. Rose. Oh, mein Gott, stimmt das recht. Also, guck mal, Leute, der hat da einmal kein Hinweis, ne? Ja, wahrscheinlich, ich wusste es einfach nur nicht. Okay, was kann man in einem Schulrucksack finden? Ah, okay, 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 okay. Oh, Leute, das wird auf jeden Fall meine Runde sein. Das ist meine Runde. NIEMALS. Doch, ich bin aber doch ganz weit unten. Jetzt, guck mal. Jetzt ohne Hinweise, ne? Und du bist direkt über mir. Ja, wahrscheinlich, Bro, ich wusste ein Wort nicht. Ich wusste ein Wort nicht. So ein leichtes auch noch, ne? Ich stand auf dem Schlauch. Da stand ich auf dem Schlauch. Nein, nein, ein Instrument, das, äh, aha, okay, Strings da drauf hat. Okay, das hatte ich eben auch schon. Hm, okay. Okay, was ist das? Wie war das denn eben geschrieben, Leute? Wie war das eben nochmal geschrieben? Hä? Dede, 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 dede. Hä? Hier wird es noch geschrieben, Alter. Nur noch, zwei, eins. Hä, wie wird das denn geschrieben? Wir haben doch eben richtig gehabt. Hä, was wolltest du denn nehmen? Cello? Ich wollte Gitarre nehmen. Cello, ja. Aber es ging nicht. Was mein, äh, hat dir keine Sorgen wirkt. Ich bin jetzt schon Veteran, ne? Ich bin Veteran 7. Ja, guck mal, ich bin auch Veteran 7. Ey, jetzt ist wieder ziemlich gleich auf. Ein Buchstaben hast du noch weniger als ich. Ja, ha, ha, ha. Weißt aber nichts. Dir würde schon gleich ein Wort nicht mehr einfallen, mein Freund. Oh Gott, der eine musste richtig, guck mal, der nimmt richtig viele mit, ne? So, nenne ein Seetier. Oh, äh, oh mein Gott, ähm, oh mein Gott, jetzt überlege ich gerade. Okay, ich glaube, was kürzeres als das gibt's nicht. Oh mein Gott, äh, oh mein Gott. Jetzt nicht kaufen, Hinweise, ne? Wir machen ohne Hinweise. Oh nein, natürlich meintest du nicht. Okay. Crab, du hast Fisch, genau, okay, Fisch war echt gut. Ah, okay, gleich auf, gleich auf. Ich wollte erst so Seefärdchen. Aber Crab ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe überlegt, aber ich glaube, was kürzeres hätte man nicht machen können, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Aber nichts Kauf auf, gar keinen Fall nichts kaufen. Nein, 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 nein. Okay, eine Art von Käse, oh nein. Oh mein Gott, Alter, das ist, glaube ich, da gibt's ja nur lange Wörter. Da gibt's echt nur lange Wörter. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss das nehmen. Oh mein Gott, ich muss das, glaube ich, einloggen. Oh mein Gott, ich muss was nehmen. Was ist das? Das hier. Hä? Okay, mal gucken. Gauda? Hä, was hast du genommen? Ich wollte die ganze Zeit so, ich bin lila. Ich seh's. Warum bin ich lila? Wurde du so vergiftet oder was? Ich meine, habe ich vergiftet. Okay, was würden wir auf einem Camping-Trip mitnehmen? Äh. Ja. Oh mein Gott, dass das funktioniert hat. Alter Vater. Ah, okay. Ja. Warum bin ich lila? Irgendwann bin ich verlilaat oder sowas. Ja, ich merke das. Du wurdest eigentlich vergiftet. Aber wir sind auf einem Level jetzt gerade. Wir sind gleich auf. Jetzt geht's um die Wurst. Okay, Alter, jetzt geht's richtig um die Wurst. Geht der erstens auch schon raus. Ey, dieser Gauda hat mich einfach halt, äh. Okay. Eine essbare Fleischart. Boah. Oh mein Gott. Äh. Ja. Bam, Junge. Let's go. Yeah. Okay. So, du hast Picke noch, also. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alter, wir sind hier direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Möbel. Oh mein Gott, Möbel. Oh mein Gott, nein. Ich überleg' gerade, was gibt's da vielleicht? Nein. Drei Buchstaben oder so? Nein. Ah, ja gut. Hien. Ja. Nein. Du hattest doch eben selber Sofa. Ja, du hast recht, du Idiot. Verdammte Axt. Ja. Okay, ein Tier mit L. Ja. Boah, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Gibt's noch was Kürzeres? Äh. Ja. Tja, Bro. Nein. Ich weiß auch nicht, wie's von dir aussieht. Hä? Ich hab das eingegeben, Bro. Ich hab das eingegeben. Famous Game Character. Top 50. Ein Spielecharakter. Boah, das war's mit mir, Alter. Das war's so hart. Ja, Kaspar. Das war's mit dir. Oh Gott, was kann ich denn hier nehmen, Leute? Ja, Mann, Alter. Da gibt's ja nichts außer diesen einen Wario. Weg! Au! Ja, ich hab gewonnen, Leute. Mano! Ich bin die lilaen Rakete. Oh, Kaspar, pass auf. Oh mein Gott. Pass auf, die Lava steigt. Ja, du musst echt aufpassen. Okay, schnell. Neng, ein natürliches Desaster. Was gibt's da? Hurricane hab ich hier. Alter, was hat die denn hier? Hurricane. Die geht ja richtig ab hier. Korrekt. Danke für den Hinweis. Ja, Mann, die ist mega, mega. Guck, wir müssen da aufpassen. Wir müssen nämlich immer die längsten Antworten finden heute. Ich weiß, ich weiß. Sonst kommt die Lava an, nämlich, und die steigt die ganze Zeit. Ja, und ich will dich verbrennen. Und ich werd heut gegen dich gewinnen. Also deswegen... Ach, auf gar keinen Fall. Du hast gar kein Allgemeinwissen. Was würde ein Hund machen? Das ist jetzt halt gerade die Frage, ne? Oh. Boah, gute Frage. Oh, Gott. Oh, ich weiß da nur ein kurzes, ey. Ja, Buck. Ja, Buck. Aber das Ding ist... Was haben die? Roll around. Ey, guck mal, die sind voll... Die Profis sind voll schlecht. Die haben uns auch schon voll oft gespielt, wahrscheinlich, oder so. Oh, was kann man essen als Fleisch? Hä? Oh. Du hast einfach nur Steak geschrieben. Ah, das haben die denn jetzt hier? Ei, das ist... Die haben voll lange... Oh, mein Gott, das ist durchgegangen. Hä? Hä? Tomahawk Steak hab ich geschrieben. Und das ist einfach nur Tomahawk durchgegangen. Nur Tomahawk, aber trotzdem. Ich hab nur Steak. Ich werd gleich in Lava reingetogen. Das ist halt das Problem. Eine Sportart mit... mit... Spiel. Mit Team. Oh, Alter, was haben die denn... Oh, was hast du da? Basketball. Was haben die denn da für... Flagfootball. Was haben die denn für lange Namen? Table Tennis. Alter. Was haben die denn da für lange Namen, Alter? Mega, die sind ja die Englisch-Profis. Ist so. Oh, was hat man an seinen Schuhen? Alter, wie lange geht denn die Wörter bei denen? Oh, das ging. Das ging. Alter. Running Shoes. Was ist denn das für ein blödes Wort? Rain Shoes. Ach, nö. Der hat nur Schuhe genommen. Ich hab Sneakers geschrieben. Running Shoes. Ach, nein. Oh, Mann, du musst... Wir müssen langsam mal ein bisschen was raushauen da. Die stecken immer höher, die Lava. Ich weiß, das sind eigentlich schon sieben Blöcke. Was nehmen wir zum Beach? Oh, ob das geht? Nein. Was? Ey, aber das geht, oder was? Als ob man einfach Beach-Tower nehmen kann. Nein, als wenn das nicht geht. Hey. Ich hab gar keins. Ich hab einfach... Ich hab Volleyball und der macht einfach nur Ball. Digga, ich hatte... Ich hatte Floating Boat und Pillow. Und die sind beide nicht... Also hier Schwebeboot und sowas. Digga, okay, jetzt haben wir ein Ding. Country. Oh Gott, Country. Äh... Verdammt. Oh mein Gott. War es zu ein langes, was du genommen hast? Ja, man, Bangladesch. Bangladesch? Was ist das denn? Pencil-Sharpener? Digga, die eine ist gleich schon... Die ist gleich schon im Rimmel. Ey, die ist halt so schlecht. Wie groß ist die, bitteschön? Wir müssen jetzt langsam zusehen, weil jetzt... Oh mein Gott, ein popular YouTuber. Okay, oha. Oh, ich hab'n ziemlich lang. Ich hab' auch jetzt ziemlich lang. Oh, was? Gaming with Kevcher PewDiePie. Was haben die noch hier? Marke Player. Ey, was hat die da oben genommen? PewDiePie auch. Auch, äh... Un... Playable oder was hat die genommen? Alter, ja. Unspeakable oder so? Oh Gott. Oh Gott, was hat die jetzt hier? Eine Handy-Marke. Oh, äh... Welche ist da die längste? Oh. Ah, ja gut. Ich hab' doch schon die längste genommen. Ja. Ich hab' Motorola. Das ist glaube ich noch länger als Samsung. Ich höre es noch länger als Samsung. Nein, das sind gleich viele. Oh Gott, die Lama holt mich durch ein. Das ist gleich gar nicht gut. Ja, wenn wir jetzt nicht ein langes Wort haben, dann war's das. Ey, die sind so hoch. Wie kann das angehen? Disney Princess. Oh mein Gott, wie heißt die, Bro? Ich kenn' nicht eine. Ich kenn' nicht eine, Bro. Was? Eine Disney Princess? Wie heißt die? Oh Gott, oh Gott. Äh... Wie heißen die? Ey. Oh Gott. Nein! Nein! Hey. Ich hab' Rapunzel noch genommen, ne? Aber ich hab' Peach. Peach angegeben, war aber nicht. Peach, ne Disney Princess. Ja, keine Ahnung, Bro. Ich hab' irgendwas geschrieben. Was? Laberst du? Mann. Das war ja todeschwer. Oh. Ey, nur Milk genommen. Nein. Du musst da jetzt verkacken. Los. Nein, das wird mir jetzt zu locker. Was, das nicht verdient? Ja! Ja! Mann, ich will dir nicht alles gegen eins machen. Ich mach' dich fertig, Kaspar. Keine Chance. Okay, irgendwas, was man im Portemonnaie drin hat. Oh. Okay, was nimmst du da? Was hat man in seinem Portemonnaie drin? Ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee. Wenn das funktioniert... Ja! Oh mein Gott. Ja, das war ein langes Wort, ne? Was hast du? Ja! Oh, wir haben das gleiche. Kreditkarte ist natürlich das längste Wort. Ja, Kreditkarte ist echt das längste, muss ich sagen. Hm, gucken wir mal weiter. Also, weil bestimmt wieder irgendein Wort gewesen, das noch länger gewesen wäre. Aber... Ja, ja, selbstverständlich. Das bringt dann... Ach, man kann... Eine berühmte... Äh, so'n... Brause. Ähm... Boah, Bruder, da geht's ja nicht aus. Boah, ähm... Geht das? Ah! Geht das? Wow! Was hast du denn? Mountain Dew! Mountain Dew! Bist du noch höher als ich? Ja, Mann, ich gewinn das Ding auch. Hä? Das ist ja... Ich hab' mich hier nicht berühren. Äh, das ist ja voll crazy. Okay. Ähm... Frühstücksgetränk. Ähm... Da weiß ich, wie lang ist. Das hier, oder? Ähm... Ja! Nein, nein! Hä? Oh nein, ich überleg' gerade. Nein, er hat nur das erste Wort genommen. Ich weiß, du wolltest Milkshake nehmen. Ich wollte Milkshake nehmen. Wieso hat das nicht erlaubt? Tja! Was soll das denn? Nicht mit mir, Kaspar. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bin ich... Ah, wieder gleich auf, ne? Okay, ein Tag der Woche. Ich glaub, der ist der längste, oder nicht? Nee, Wet nes. Nein! Ja! Du wirst verbrennen! Nein, du wirst gleich verbrennen! Du wirst verbrennen! Hör auf! Du wirst gleich verbrennen! Okay, und ein Gemüse. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das könnte jetzt eigentlich richtig schwierig sein. Oh verdammt. Das ist eigentlich ziemlich lang. Guck mal mal. Ja, das geht halt sehr schön. Was hast du? Nein! Pirate Mushroom! Ich wollte Watermelon, aber es ist einfach... Guck mal, wie cool ich mir das geschrieben habe. Es ist mit SCH geschrieben. Dabei hab ich das gar nicht so reingeschrieben. Mushrooms? Unfair. Oh nein. Andy's Choice? Was? Was hat der denn für Spielzeuge von Andy? Oh nein, ich glaub... Oh! Ah! Ah! Ja! Wow! Ja! Was? Buzz Lightyear! Als ob du den ganzen Namen schreiben konntest. Gerade noch so in der letzten Sekunde, Alter. Was? Junge, das war kein... Als ob das gerade gegen ein Charakter aus Super Mario... Boah, wer ist da der Länge? Wer ist da der Längste? Knochenbrowser wäre der Längste, aber... Stimmt. Uuuuuh! Ach nein! Ne, Bowser nur. Dry Bones ist knochentrocken. Ach so, heißt der? Dry Bones? Ja! Oh Gott! Ich hatte Bones Browser oder das. Oh mein Gott. Oh! Gutes Videospiel. Oh, das ist natürlich jetzt richtig schwierig. Aber auch nicht so schwer. Ah! Oh Gott! Ich habe Super Mario eingegeben und immer Mario geschrieben. Er hatte Mario geschrieben, okay. Du hast Call of Duty. Call of Duty war jetzt gerade schön lang. Das habe ich jetzt gerade gebraucht. Fortnite wäre auch nicht schlecht. Oh, I feel... Oh Gott. Das geht nicht. Ähm... Hä? Als ob das nicht geht? Hä? Oh mein Gott. Was? Oh, das sehen alle nicht. Ihr habt drei Wörter probiert. Ich habe drei Wörter probiert. Ich habe auch zwei probiert. Ich hatte Damage. I feel damaged. I feel damaged. Ja was? Ich fühle mich beschädigt. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Ähm... Popular Breakfast Food. Äh... Äh... Ja. Ja, 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 ja. Ah, da haben wir das Gleiche. Ich wusste, du nimmst das. Das war mir so klar. Ich wusste auch, dass du das nehmen kannst. Ich wusste auch, dass du das nehmen kannst. Aber wir gucken mal weiter. Es heißt hier alles noch nicht. Ja, also das Ding ist, es ist gerade schon ein bisschen heiß an einem Bein, muss ich es gerade sagen, ne? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir sind gerade schon langsam ein bisschen... Fastfood-Restaurant. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Du hast aber nur KFC eingehen, ne? Kentucky Fried Chicken. Ne, ne, ich habe mich wirklich ausgeschrieben. Ich habe komplett ausgeschrieben. Alter, was? Alter, was ein Wort. Das war es so tierisch. Was hat der gerade so den Hintern gerettet? Alter. Was? Das? Das geht sogar. Blackberry. Das ist doch noch länger. Ja, weil als Motto wohl das heißen. Ey, nur diese zwei Wörter haben dich so gerettet, ne? Alter, und du? Oh Gott, jetzt wird es richtig heiß. Du musst jetzt raushauen. Du musst jetzt raushauen. Ich war jetzt ein richtig, richtig langes Wort. Mindestens elf Buchstaben. Mindestens elf Buchstaben. A Pixar Movie. Okay. Pixar Movie. War das von Pixar? Ja, das war Pixar. Was hast du? Toy Story gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bro. Du musst zusehen. Ich muss jetzt 13 Wörter. Das schreibe ich auch gar nicht. Du musst jetzt echt raushauen. Skittle Color. Es gibt keine Farbe, die so... Mann, ey. Also, Türkis. Türkis T-U... Ich schreibe das. Ey, Mano. Ja, okay. Dann muss ich schon sagen. Ich glaube, dann geht auf jeden Fall hier die erste Runde schon mal an dich. Ja, die erste Runde. Easy an mich. Hey, als ob du dich was ausgewählt hast bei der Farbe. Ey, ich habe Türkis falsch geschrieben und dann war die Zeit oben. Okay, dann starte die nächste Runde. Starte die nächste Runde. Aber trotzdem, erste Runde gewonnen. Ich mache dich gleich fertig. Best of three. Keine Chance. Ich mache dich fertig. Weiter geht die Runde. Nächste Frage. Oh Gott. Ich mache dich jetzt... Wieder was, was wir in der Zählertasche haben. Oh Gott. Wie hieß das? Ja. Ja. Nein. Ich habe Pencil Slicer. Ich habe Pencil Scharpener. Slicer, sagt er. Ich glaube, der ist Slicer. Das war direkt richtig wichtig. Oh, Star Wars Charakter. Oh. Oh Gott. Was? Ja. Noch mal länger. Nee, nicht länger. Nicht länger. Gleich lang, oder? Gleich lang? Könnte auch sein. Obi-Wan Kenobi. Was wäre noch länger gewesen? Eigentlich nichts, oder? Ein Planet in unserem Solarsystem. Boah. Wie heißt nochmal dieser ganz lange jetzt? Der neue. Ich nehme jetzt einfach den. Ich nehme den hier. Jupiter. Jupiter. Okay. Ich habe Uranus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war gerade wichtig. Das erste Wort war gerade mega, mega wichtig. Ja, safe, safe, safe. Das war... Oh. Das könnte eine Süßigkeit sein. Boah. Nein, das geht nicht. Oh. Okay. Oh, geht das noch rein? Als wenn Marshmallow nicht geht, Bro. Hast du wahrscheinlich falsch geschrieben. Nee, nee. Ah, bleibst du das da unten, oder was? Hä? Hä? Was machst du denn da unten jetzt? Bro, ich habe Marshmallow geschrieben. Ja, wahrscheinlich falsch. Und auch richtig geschrieben. M-A-R-S-H-Mellow. Was ist das denn? Mann. Okay, ein Tier, was normalerweise ein Haustier sein kann. Äh, oh Gott. Das ist, glaube ich, besser als nichts. Das ist, glaube ich, besser als nichts. Das nehme ich mit. Rabbit. Ja, gute Pause. Ja, keine Ahnung. Cat, Dog, die sind alle so kurz. Ey, Mann, Alter, zwei Wörter, die ich jetzt schon verschenkt habe, Mann. Marshmallow, Bro, das längste Wort der Welt. Du hast dir gerade echt verschenkt, ja? Eine Superpower. Das hier? Ja, das geht. Was? Das geht nicht? Oh Gott, das war gut. Ja, komm. Du hast keine Zeit mehr. Du hast keine Zeit mehr. Was? Ja. Hä? Was hast du denn genommen? Wichtig. Super Speed, ich habe Super Smash. Ja, aber Super Smash? Doch nicht Super Speed, natürlich. Ich habe auch Teleporting gemacht, das ging auch nicht. Potato Chip Flavor. Oh, nein, was? Ich habe Sweet Onion geschrieben und dann nimm nur Onion. Oh Gott, danke, dass du gesagt hast. Ey, ich hätte jetzt gerade kein Wort gehabt. Als wenn du nichts wusstest. Ja, Paprika, das ging nicht. Ich hätte, ja, mit C hast du wahrscheinlich safe falsch geschrieben. Mit C habe ich das geschrieben. Ja, okay. Das heißt, Pepper heißt das Paprika auf Englisch, by the way. Pepper, ach so. Oh, ja. Ja. Oh. Ja, Hurricane. Hurricane, ich habe Tsunami. Ich bleibe immer noch oben. Ich habe den High Ground gerade. Ja, aber du hast auch zwei Wörter mehr als ich und dafür, muss ich sagen, bist du jetzt nicht so krass oben. Ja, abwarten jetzt hier, abwarten. Oh, eine Sportart. Dann nehmen wir doch den typischen Kollegen, ne? Du nimmst auch Basketball, ja, ja, ja. Black Football habe ich. Black Football. Da hat er sich das Wort gemerkt von dem eben. Nochmal höher. Ich glaube es nicht. Ey, du wirst gleich so rasiert, ne? Oh Gott, jetzt überlege ich es gerade. Ja. Geht das hier? Probierst du? Ach nein. Ach, Mann. Steak, Alter, du was hast das so geschrieben? Flank Steak? Flank Steak wollte ich schreiben. Toma wäre praktischer gewesen. Oh, mein Gott, Bruder. Digga, das ist ein bisschen heißes bei dir, ne? Ganz schön heiße Eingelegenheit jetzt. Oh, was würde man in einem Ozean sehen? Boah, bitte, das muss gehen. Ja, wichtig. Das nimmt man doch mit. Oh Gott, das geht doch bitte, oder? Nein, als ob das nicht geht. Hey. Ja. Was? Überholen. Als ob Hammerhead Shark nicht geht. Oh, mein Gott, das ist ja auch krass gewesen. Hammerhead heißt der, glaube ich, nur, oder? Hammerhead heißt der. Ja, stimmt, stimmt. In einen Taco. Oh Gott, ey. Ja, easy, lettuce. Weißt du, was man auch hätte? Nein. Ja, jetzt gehst du, glaube ich, drauf. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Muss er dich auch? Wir beide, wir beide. Oh, mein Gott, wir gehen jetzt nicht beide drauf, ne? Wir gehen jetzt nicht beide. Wir müssen beide raus. Oh nein, nein, ja, Torte. Ich kenne nicht einen. Nein. Ich kenne nicht einen, Digga. Oh, nein, ich kenne einen. Ich kenne nicht einen. Ich kenne einen. Yeah. Mann, ich habe mir doch einen Hinweis geholt. Raphael hat er gesagt. Ja, den ist einig. Okay. Es steht eins zu eins. Es kommt die allerentscheidende Runde. Boah, du hast so eine krass Runde gehabt. Oh, mein Gott. Oh, let's go. Okay, wo kann man schwimmen? Äh, vielleicht, du kannst schwimmen. Ich würde doch sagen... Gibst du nicht Freebath oder so? Freebath? Freebath? Was? Oh, mein Gott. Das war jetzt echt gerade ein Wort. Wer hätte denn viel Längeres nehmen können, ne? Boah, ich nehme, glaube ich, Ocean. Ah! Das ist auch Ocean. Bro, wir hätten das Rolling Queen oder so machen können. Ah, stimmt. Viel länger. Stimmt. Ah, das war jetzt echt dumm von uns beiden. Ja, egal, egal. Ein Karcher, um Philly, so ein Ferb. Boah, ich kenne ihn nur auf Englisch. Dr. Dovenschmerz. Ja, Dr. Dovenschmerz. Ah, warte mal. Ja, gut, ne? Was hast du? Ja. Ah, du hast dir einen Hinweis gekauft. Hä? Da oben steht der Phineas. Wo steht das? Das ist doch gerade neben dem Charakter von Phineas mit Phirb. Ach so. Phineas, genau. Du hast dir dafür einen Hinweis gekauft? Ja, 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 ja. Ah! Ha, 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 ha. Boah, ich hätte was anderes nehmen sollen. Aber es ist trotzdem geil. Oh, ach, Digger. Weißt du, was man hätte nehmen können? Was? Aston Martin. Das wäre krass gewesen. Nee, Lamborghini ist länger. Aston Martin, Bro, nein. Take me. Länger. Was würde man an einem Camping-Trip mitnehmen? Oh, Gott. Ähm. Nein. Oh, mein Gott, Bruder. Nein. Nein. Nein, was war das denn? Oh, ho, ho, ho. Sleeping Bag. Nein. Schlafsack. Mann, Alter. Sehr schön. Ja, genau so soll es erst mal rausgehen. Auf Deutsch halt auch, ne? Ist so. Auf Englisch ist es schon schwer. Auf Englisch. Man muss es ja wieder Englisch sprechen. Ein Tier nennen. Oh, Gott, Alter. So ein längeres. Lion, ne? Wäre eigentlich eins. Äh, Lion wäre echt eins. Da hast du recht. Ja, guck, wie ein Lion wäre. Äh. Ich habe Elefant. Ich habe Blauwal. Okay, nicht schlecht. Ein Blauwal genommen. Oh, ei, ei, ei. Okay, okay. Das ist hier, es läuft krass. Ein Raum in einem Haus. Oh, verdammt. Oh, mein Gott. Gaming Room. Was hast du? Master Bad Room. Gaming Room. Ich habe Gaming Room. Krass, das Gaming Room ging, ne? Ja, ja, safe, habe ich auch gedacht. Aber ich hole dich jetzt wieder ein. Keine Sorge. Ne, 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 ne. Was er in einer Küche findet. Oh. Oh, verdammt. Wie heißt denn das nochmal? Oh, boh, boh, boh. Zeit, 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 Zeit. Ja. Zeit. Was? Nein, gerade noch so. Ich habe Mixer. Ich hatte Kühlschrank. Alter. Was war Küche auf Englisch? Weiß ich auch nicht mehr. Fridge. Fridge. Ich wusste es aber auch nicht mehr. Ich wusste es aber auch nicht mehr. Äh, was war ein Anzeig? Oh, mein Gott. Äh. Oh, mein Gott. Oh, was? Ja. Bro, ich habe Basketballschuhe eingegeben und er hat nur Schuhe genommen. Ja. Was ist das denn? Running Schuhe. Mann. Ja, und er wird... Ey, ich bin jetzt vorne, Leute. Ah, ja, ja. Oh. Transportation. Oh, Gott. Ähm. Was könnte man da nehmen? Ja, gut, ne? Was? Ich habe Spaceship eingegeben und da davor hatte ich Airplane. Wahrscheinlich transportieren wir uns damit, oder? Ja, Digga, natürlich. Er hat mit ihm was zu Mars und so eine Sonde. Airplane, der schlau gewesen. Ich hatte Airplane vorher und dachte mir, Spaceship ist länger. Airplane. Ey, Alter. Oh, Mann. Oh, Gott. Ähm, verdammt. Wie heißt das alle nochmal? Egal, ich kann das hier nehmen. Das ist immer safe. Das ist immer safe. Das ist immer safe. Oh, ich bin jetzt gerade echt noch gut vor dir, ne? Das ist gerade echt gut. Lappern ja auch nicht so übel. Du hast auch noch zwei Hinweise, ne? Das ist halt auch krass. Stimmt, ich habe die Hinweise noch gar nicht verwendet. Ja, ja. Stimmt. Stimmt. Ich wollte es dir nur was sagen, ne? Ich wollte es dir nur sagen. Ja, ja, okay. Okay. Oh, was Scharfes. Oh, mein Gott. Wenn das geht, ne? Wenn das geht, ne? Ich habe Bushcraft Knife. Was hast du genommen? Bushcraft Knife, also so ein Outdoor Knife. Bushcraft? Ja, so heißt Outdoor. Das habe ich genommen, ging auch nicht. Butter Knife. Oh, Kaspar. Das wird jetzt, oh, mein Gott. Social Media Plattform. Boah, ähm. Wee. YouTube. Okay, okay. Ich glaube, damit bist du jetzt aber hier in der Lava drin. Nein. Oh, mein Gott. Was? Wie viel Glück kann man haben? Hä, wie viel Glück kann man haben? Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, warte mal, jetzt die Frage. Santas Re... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da kenne ich nur eins. Du bist draufgegangen. Du bist draufge... Ja, da kenne ich nur eins. Oh, Mann. Da kenne ich nur Rudolf. Ja, weil es bei Hinz war. Ja. Aber ich kann... Mann! Du hast gewonnen! Wir haben gewonnen. Das schreitende Revanche, ey. Verdammt. Okay, okay. Das ist das, was wir hier mal gewesen haben, Freunde. Wenn ihr noch mehr davon sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne die bei mir aus. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao.